moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja ich will eigentlich richtung xadas den weg finden und vermutlich für das hier so durch so aber hier gibt es noch erz den will ich auch noch mitnehmen und da hinten gibt es auch noch paar orks uns problem machen und ich fand es super wie hier die musik so sorry ich will die musik genießen ein bisschen wenn ich jetzt nichts gesagt habe und da drin gab es aber noch orks speicher einmal bevor wir da reingehen oder müssten hier drin nicht nur auch sein ich bin hier nicht auch sein müssen oder sind jetzt auch weg so was sagt das hier zum pass ich dachte hier wären orks da können wir hier alles auch mal mitnehmen aber ich glaube hier werde ich jetzt auch nicht das ganze erz einsammeln so dämonenpilze so gebrabte fleischwanze nice jetzt noch wieder brot essen finde ich war da noch was nur parochler aber ich glaube der weg wird er mehr richtung süden stadt und norden wir wollen ja zu xanus wir wollen ihn jetzt endlich mal finden das musik hier einfach super und dann wäre perfekt so ich will jetzt wirklich endlich mal den schwarzen magier hier finden und wissen was sein plan ist was hat er vor was ist sein plan hier was die ganzen orks angeht was belia angeht hier warum er die magie entnommen hat so was ist sein plan seit seit der barriere im ersten teil von gothic 1 da muss ich jetzt auch langsam hinterher kommen wir müssen auch mal so gut zu braten wie viel kann ich davon machen dazu fehlen mir die zutaten ok aber ein bisschen eintopf haben wir gemacht ich höre hier orks wo sind sie da unten im lava können die nicht sein jetzt ernsthaft wo sollen die sein wasser fass oder gibt sie noch irgendwie einen anderen weg den ich nicht kenne also ich gehe mal von aus mit so wir gehen dann hier mal runter und versuchen suchen uns mal einen weg nach norden zu xaras beziehungsweise wir suchen ihn einfach weiter vielleicht weiß auch der feuerplan mehr ich würde den weg hier mal entlang gehen ich speichere aber noch einmal weis level up das gehört gespeichert welche stufe haben wir jetzt 54 müssen wir jetzt sein glaube oder 54 jetzt nächste stufe wäre es 770.000 exakt genau wer ist denn das und wo hast du mich bitte gesehen so und wer war das hast du mich gefunden ich bin meinem instinkt gefolgt ja und was willst du immer schickt mich auf die reise bei allen schmelzern zu lernen ich habe keine zeit dir etwas beizubringen ich bin selbst auf einer suche wo das so eigentlich wonach suchst du eigentlich reines erz vor vielen nächten träumte ich von einer höhe reinen erzes du begibst dich auf die suche wegen eines traums weshalb sonst sollte sich ein mann auf die suche begeben warum gehen wir nicht zusammen warum gehen wir nicht zusammen du weißt nicht mal wo es hingeht und willst mitkommen das nenne ich tollkön das gefällt mir gut du kannst mit kommen pass auf dass du nicht stirbst gleichfalls so erst mal voran wo geht er hin ein bisschen unterstützung wäre nicht schlecht oh so fast hätte er mich getroffen so ich will den goblin so oga so den noch einmal looten so das war's mit dir du Mistvieh so nehmen wir alles mit dann können wir das auch gleich wieder speichern so noch mal was fordern und speichern ich habe keine ahnung wo er hin will aber solange er noch im leben bleibt ich habe ein bisschen wie es ist deliberate dass ich mir sagt ich mache dass du bist ein bisschen zu Hilfe kommen. Jetzt kommen die anderen noch dazu. Super. Ah, da ist noch jemand. Wer auch immer das ist. Dann muss Lars nicht alleine machen. So, den haben wir. Dass der auch noch auf mich drauf gehauen hatte. Der hat noch zu viel Leben. Aber der nicht mehr so viel. Ja. Geschafft. Okay, ähm. So, ein Moment. Aber wer ist der eine da von Vokane? Warte mal, kämpfen die da drinnen auch noch gegen die Crawler? So, visiert den anderen da an. Nein, nicht auf, nicht auf, äh, Brand. Ich hasse die Bieste. So, äh, Brand. Ich geh mal eben kurz hier zur Hilfe. Töte die Minecrawler am Schürfer. Camp. Ah, okay. Nein, nicht die Erzader. So. Nehmen wir alles mit. Äh, nein. Du hast uns gerettet. Ich dachte schon, die Crawler würden uns erwischen. Hier hast du ein bisschen Erz. Jo, danke. Zweimal Erz erhalten. Volker? Endlich. Ich dachte schon, ich komm hier nie mehr raus. Jetzt ist alles okay. Ja, aber wir müssen uns anstrengen, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Hier, ich hab was für dich. Nochmal 5 Erz. Perfekt. So, Fleischwanze. Was haben wir da eingesammelt? So, den auch noch. Und mit Glas müssen wir auch noch mal hinterher. Oh, Erz. Hier liegt Erz-Einversorgung, oder wie? Tatsächlich. Hier auch. Da war auch noch eins. So, wo ist er? Da ist er. Äh, das speichern wir noch einmal. So, dann hier haben wir noch Feuernässe. Ah, nicht Kraut. Ah, nice. Bitte gern den Wölfen vorbei, ja? Ja. Ich hab keine Ahnung, wo er hin will. Es sieht nur so aus, als würde er da nach oben wollen. Warte mal, wo genau bewegen wird? Nach Norden, okay. Das heißt, wir kommen vielleicht Xardas näher. Ah, Erz. Du hast deine Prüfung bestanden. Kehre zurück zu Ingvar und sage ihm, ich glaube, du wirst ein fähiger Erzschmelzer. Okay, nice. Das heißt, das können wir speichern. Aber hier haben wir, glaube ich, nicht weiter. Gern den Wölfen vorbei. Und immer noch Xardas suchen. Ah, Ripper. Holzkraut. Wie viele Ripper hier sind. Und noch mehr Goblins. Ist das hier der Weg? Eine Straße? Wo genau befinde ich mich jetzt? Eisenhallen? Ui, das ist aber tief. Ich glaube, hier runter stürzen möchte ich nicht. Wolfskraut. So, Wolfskraut. Wolfskraut. Was haben wir denn da? Sieht für mich aus wie ein Orklager. Ja, Orklager. Wo genau befinden wir uns? Auf dem Weg. Okay. Speicher vielleicht noch einmal hier. Wir sind ja dran vorbeigekommen. Wir sind ja dran vorbeigekommen. Vielleicht können wir auch an dem Eisrohlen vorbei. Jo, der hat uns sofort erwischt. Und noch Eisrohlen, verdammt. Und noch eine Säbelzahnkatze. Okay. Wir haben es geschafft. Jetzt brauchen wir dringend einen Heiltrank. Und was zu fordern. Wir haben es bis hierhin durch geschafft. Zwar mit Rennen, aber wir haben es geschafft. Jetzt bin ich an denen vorbei. So, und was ist das da? Oh, wir haben eine Ork-Bastion. Okay. Können wir auch an denen einfach vorbei reden? Der hat mich gesehen. Okay, das ist eine komplette Ork-Bastion hier hinten. Dein Kampf gehört mir. Ja, ja. So, an der Katze will ich vorbei. Wo befinden wir uns? Wo befinden wir uns? Was haben wir hier? Salzverlagst. Ich glaube nicht, dass das hier zu Xardas führt. Ich glaube nicht, dass das hier zu Xardas führt. Was ist das denn für ein Minecrawler? Für ein grüner. Minecrawler-Krieger. Okay. So, komm. Den kriegen wir doch hin. So, nehmen wir alles mit. Haben wir überstanden. Man müsste es hier nicht eigentlich zu Xardas gehen. Ich hoffe immer, dass ich ihn hier finde. Das ist nämlich das, was ich irgendwie erwarte. Also, keine Ahnung. So, die Fleischwanzen nehmen wir mit. Kampfstab? Liegt hier noch irgendwas rum? Ich glaube, den Weg bin ich vom Sonntag gegangen. Und den hier auch nochmal. Okay, schade. Ich hatte jetzt wirklich gedacht gehabt, da kann da nur noch irgendwie vielleicht der Weg sein. Wenn man den ganzen Weg wieder zurückgeht, bis zum Hammerclan oder den anderen Weg. Ich habe jetzt keine Teleporterblumen zum Hammerclan. So, Heilwurzel nehmen wir auch mit. Und Wolfsgrau. Haben wir wieder permanente Kreuz? Ich hoffe, die hat noch genug Abstand zu mir. Permanente Kräuter wollte ich jetzt gucken. Und dann. Jagd geschickt plus eins. Ey, hör auf zu Niesen. Da sind Wölfe. Nicht, dass die die mitbekommen. Hier, maximale Aussage nochmal plus zwei. So, und speichern. So, ich renne an denen vorbei. Ja, jetzt wollen die alle stressen, natürlich. Kommt ich hier hoch, ne? So, wo führt der Weg hin? Ist ja auch ein Weg. Da ist ein Hirsch. Oh, da führt das hier vielleicht zu Xaras hoch. So, an denen renne ich auch vorbei. Genauso wie an den anderen da. Gerade bin ich ein bisschen zu faul zum Kämpfen. Ich will aber auch nur Xaras finden jetzt. Ach nein. So, Säbelzahnkatze. Ach nein. Rennen! Okay, das sind sehr viele hier. Und das hört hier auch nicht auf mit denen. Ganz klar, wo bin ich hier jetzt? Irgendwo in der Mitte der Eiswüste. Feuerklang ist gleich da hinten immer wieder. Hier, der Blut kennt. Ah, Schattenläufer. Alter, wie viele Hirsche hier sind. An sich zwar schön, aber... So, jetzt sind wir wieder hier. Das ist auch schön. So, ein Moment. Wie viele Zähne haben wir jetzt wieder? Von denen. Vier Zähne. Könnten eigentlich wieder... Und so ein Schwert machen. So ein gutes. Speicher nochmal, weil wir es wieder zurück geschafft haben. Und ich will jetzt endlich Xaras finden. Klar, wir können jetzt hier uns nochmal hinschillen. Und mit Ingwan nochmal reden. Wegen, äh, Dings. Den einen haben wir... Den Lasten haben wir gefunden. Aber dann wirklich, äh, vielleicht in Richtung Feuerklang müssen wir. So, wo haben wir jetzt nochmal Ingwan? Der müsste jetzt hier sein, die Hütte, oder? Nee. Hier, die Hütte. Dann können wir hier nochmal... Und so ein, äh, Nordschwert machen. Hier den Nordnachschwert. So. Haben wir gemacht. Der hier... Da fehlt es noch ein Katana. Keine Ahnung, wie wir den herkriegen. Rubin-Klinge... Er nicht. So, dann Nordnachschwert. Das bringt er jetzt so. So nicht. So nicht. So. So. Der macht jetzt 110 Schaden insgesamt. Weil... Und der hier... Also der hier nur... 80. Können wir Wenzel sein Schwert wiedergeben? So. Ingvar? Mann. Was willst du? Zeig mir deine Ware. Ich will dir ein paar Sachen verkaufen. Die Schwerter hier zum Beispiel. Die Knüppel. Hier das Ding. Das darfst du haben. Den Kampfstab. So. Dann den hier die Holzfäller-Axt. Dann haben wir Nacht zu Tag. Melia gewährte Magia macht über Tag und Nacht. Das funktioniert nur nachts. Ja, darfst du haben. Was sollen wir damit? So. Das. Träufeld. Die Zähne darfst du haben. Mein Kräuter-Zang darfst du haben. Und... Das selbe Zantiga. Wir kriegen wieder... 12.000. Wofür kriegen wir so viel? Mit... Wegen den Dingern? Okay. Hat er denn so viel Geld? Ja. Wir sind schon bald wieder bei... 160.000. Geschärft haben wir. Wir brauchen nur noch Gift. Wer kann uns Gift geben? Die Assassinen haben immer Gift. So. Da speichern wir einmal. Vielleicht setzen wir uns noch einmal kurz an irgendein Feuer. Da vorne ist ein Feuer. Wir grillen mal alles, was wir haben. Wir haben ja einiges an Fleischwanzen auch noch gesammelt. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich will das Lagerfeuer. So. Jetzt haben wir 39, äh... Fleischwanzen länger. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich denke... Ich denke... Wenn wir jetzt nach Westen gehen. Da kommen wir auch irgendwann am Kloster an. Also den Weg. an den Katzen vorbei. So. Was sagt das? Hammer-Clan? Wolfs-Clan? Ja. Das ist doch Westen. Ich renne da durch. Also an den vorbei. Wenig Lust auf eine Konfrontation direkt gegen alle. Irgendwann will ich ja Xardas finden. Geben die kämpfe ich lieber noch nicht oder komm. Da! 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 Go! So. Jetzt einmal kurz die Fluchtabreifen. Ah, ich dachte mir, jetzt kommen die nächsten auch noch. Da! Go! Da! 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 No! Yo! Alter! Was war das denn jetzt? Die Verteidigung funktioniert nicht immer so, wie man das gerne haben möchte. Ich speichere einmal, bevor wir wieder angegriffen werden. Die haben aber auch alle gebackene Fleischbarn zu geben. So und wir futtern mal, brauchen wieder Heiltränken, definitiv einiges. Da ist sogar noch ein Schattenläufer direkt hinter mir, ja super. Ich renne mal vorbei, Wolfsclan sagt er, aber das führt doch nach Westen, das muss doch eigentlich zum Feuerclan führen, oder nicht? Oh ne, Ripper. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehe. Ich bin absolut verwirrt. Wer hat mich im Visier? Ah, die. Ähm. Jetzt die auch noch, okay. Ein Blick komplett in Natur gegen mich. So, ich bin nur an euch vorbei. Ah, nein. Ach ne, da ist schon der nächste. Ernsthaft? Wie soll man das schaffen, hier durchzukommen? Okay, ich mache aber auch nicht die mutigste Variante, um hier durchzukommen. Bin ich ehrlich. Mutig ist was anderes. So, ich gieße mir noch mal ein bisschen was nach. So, hier waren wir, wo wir nichts gegessen haben. So, okay. Wenn wir jetzt nochmal jetzt hier speichern, dann haben wir volles Leben und brauchen wir das nicht noch einmal zu machen. so. So. Der ist... Der ist besser als das da. Den behalten wir trotzdem aber mal. So, und ich renne an den Markt trotzdem vorbei. Und dann hier hoch. Vielleicht war der Weg unten nicht der schlaue Weg, sagen wir mal so. Ich glaube, ich muss da hoch. Haben die es auf mich abgesehen? Haben die mich im Visier? Natürlich, was auch immer mich jetzt wieder ein Visier hat. Es hat mich hier einfach alles im Visier. Hier sind auch noch wieder Rhinos. Was ist denn das da für eine Brücke? Oh, ne. Kommen wir da rü- Was? Wer, wo, was? Sind wir hier in Sicherheit? Ich speichere einmal hier. So, vielleicht... Vielleicht ist das der richtige Weg. ... ... ... Alter, wie viele Eisgolems hier auch sind. Da sind gleich zwei Stück von denen wieder. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich will einfach nur Xara's endlich finden. Ist er zu viel verlangt? Da ist ein Orks. ich habe hier auf jeden fall den nächsten klagen fragen ist nur wie kommen wir dahin nee danke bitte nicht da hinten ist auf jeden fall der nächste clan der feuerplan vielleicht müssen wir hier pro dahin zu kommen ich klinke ausgeregt jetzt in dem moment wo die super wieder hier sind orcs und ein schattenläufer was passiert denn da da haben wir einen eingang vielleicht muss ich an den ripper hier einmal vorbei ah hier ist ein dämon so was ist das hier eigentlich leiche arnstein ne hast du mich nicht so sollen die sich da mit dem ripper kümmern ich glaube ich muss da so habe ich irgendwann mal ruhe hier habe ich jetzt ruhe dann speichern wir hier das ist absoluter wahnsinn was ich hier mache nein ist das überhaupt der richtige weg zum feuerplan oder zum kloster was mache ich hier überhaupt so ich komme hier nicht mehr hoch doch da unten sind wieder diese eislinien aber wie komme ich zum feuerplan hier sind noch schlechter zu sehen also kann ich hier rein zoomen vielleicht noch mal was fordern wir haben einiges an leben verloren vielleicht noch mal speichern vielleicht noch mal speichern speichern habe ich gesagt die straße ist da hinten so kommt ihr hier hoch überhaupt ein schwarzer gold wer regeneriert wenigstens nicht ich glaube ich muss wirklich mehr auf stärke gehen oder sowas wieder und ich glaube ich hier unten im süden hier oben im norden meine ich auch hier unten im norden und wir sonst auch nicht als so weit ich glaube wir müssen wir müssen einfach mal im süden alles ausräumen glaube ich ich glaube anders können wir hier nicht vorankommen 700 erfahrungspunkte für den da liegt sogar noch was da vorne so was dann ist das denn zwei hände das bringt nichts wer hat es auf mich abgesehen das bringt jetzt ernsthaft wer ist hinter mir her wer will stress so nicht ernsthaft jetzt ach da unten die die wollen alle noch press wo ist denn der so wenn wir jetzt wieder hier hochgehen nein nicht unter rutschen hier speichern so sollen die alle hierher kommen komm schon wo gehen die hin da sind sie okay dann geht er hoch hier sind sie so was mit dem kleinen so den haben wir und die namen so so kommen wir an den rest auch noch ran von hier der kann fährt da nicht auf vielleicht einmal speichern da ist ja da ist ja da ist ja so 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 jetzt springt da hoch ja gegen so viel auf einmal schaffe ich nicht da bin ich froh dass der schamane weg ist so 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 nein der ging daneben der ging total daneben aber bis einiges ordentlich zu verkaufen wiederry liebe froh dass die nicht alle schießen können von denen wieder mehr jetzt ruhe oder morgenstern knüppel Noch einen Morgenstern von denen. So, den haben wir auch. Geht schon gut los. So, den haben wir dann auch. Und jetzt haben wir, glaube ich, endlich Ruhe. Gut, dann können wir das da wahrscheinlich jetzt endlich looten. Worauf ich jetzt die ganze Zeit versucht habe, hinzuarbeiten. So, was haben wir hier? Ring der Pfeilabwehr. Flammenwelle. Lang der Konzentration. Maximale Mark. Ich nehme mal alles. 150 Mana haben wir jetzt. Das ist schon mal nice. Dann speichern wir mal. Und dann würde ich sagen, ich versuche in der nächsten Folge, irgendwie zum Feuerclan zu geraten, zu kommen. Ich glaube, wir müssen hier... Ich habe keine Ahnung, wo der Weg ist, dahin. Wie ich da am besten hinkomme. Vor allem Xaras haben wir auch noch nicht gefunden. Vielleicht ist er auch einfach den Weg hier. Ich weiß es nicht. Hier war er auf jeden Fall nicht. Zumindest war hier kein Turm. Ich weiß es nicht. Und was ist denn das da? Das sind wahrscheinlich die... Das sind wahrscheinlich die Ruinen. Da haben wir auch noch mal was. Hinter Gotha. Zwischen Gotha und Sylden. Hier hinten waren wir eigentlich noch gar nicht. Kann man da überhaupt hin? Oder hier? Ich weiß es nicht. Finden wir auf jeden Fall ab der nächsten Folge heraus. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und ciao. Musik Musik